hallo leute willkommen zu meinem beitrag zu dieser let's play community aktion oder keine ahnung wie man es nennen soll auf jeden fall hat über player news hat ein video hochgeladen in dem ja alle let's player dazu ausfordert kleinere let's player ich glaube die grenze liegt bei unter 500 abonnenten soll man haben zu promoten also jeder kann halt soll kann oder wenn er will diese kleineren let's player promoten ich bin zwar selbst auch noch ein kleinerer let's player aber ich mache trotzdem halt dieses video ja ich dachte eigentlich ich fahre jetzt morgen weg dass ich keine zeit mehr dazu habe ich keine zeit mehr dazu habe aber ich habe jetzt auch noch kurz zeit gefunden und zwar möchte ich blk out lp vorstellen ja ich habe den typ damals über das let's play forum halt das erste mal gesehen und so und habe jetzt mir den kanal von ihm angeschaut ich finde er macht es auf jeden fall sehr sehr professionell lädt auch irgendwelche videos hoch und guter kanal background und ja ich habe jetzt auch noch mit dem geskypt ein bisschen und der ist jetzt auch in meiner kanalbox und ja also der macht auf jeden fall sehr professionelle videos der hat auch so ein standmikrofon er hat aber erst 150 abonnenten nur 160 also ich finde er hat definitiv mehr verdient er hat auf jeden fall ziemlich viel aufwand lädt seine videos auch alle in hd hoch ohne ränder und ja also ich finde er macht das sehr professionell und so und gut der link zu seinem kanal ist in der beschreibung das video wird auf dieses video als video antwort gepostet oder an dieses video keine ahnung auf jeden fall ist das video hier auch in der video beschreibung ja also ich darf es jetzt nicht zu lange machen weil mein internet ist ja langsam ist und ich nicht mehr so viel zeit habe und das hochladen sonst zu lang dauert ja das war es noch von dem video guckt euch mal halt den kanal von blk out lp an er spielt halt warrioland pimkin und noch ein paar andere spiele könnt ihr euch alles selbst angucken ich darf es jetzt hier nicht zu lange machen und dann ja ciao bis zum nächsten video